Barfüchse aufgepasst, also die Schwaben da draußen jetzt schön die Ohren spitzen. In dem heutigen Video gibt es von mir 10 clevere Tipps, wie du beim Online-Shopping ganz einfach Geld sparen kannst. Die Vorteile von Online-Shopping kennt jeder, ja, gar keine Frage. Für mich ist es allerdings so, wenn ich gerade Klamotten einkaufe, mache ich das ungern online. Aus dem Grund, weil ich relativ groß bin und ich möchte halt immer die Qualität prüfen und einfach wissen, wie sich das auf der Haut anfühlt und natürlich auch, wie der fit ist. Nichtsdestotrotz, gerade sind wir tatsächlich auf Online-Shopping angewiesen und aus dem Grund gibt es heute 10 einfache Tipps, wie du beim Online-Shopping ganz easy Geld sparen kannst. Tipp Nummer 1, melde dich beim Newsletter an. Bei manchen Shops ist es so, dass sobald du dich zum Newsletter angemeldet hast, du direkt einen Preisnachlass bekommst für deine nächste Bestellung von bis zu 20% Rabatt. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Hin und wieder bekommst du dann auch immer wieder Neuigkeiten zugeschickt per Newsletter. Dann sind dann manchmal auch ein paar Gutscheincodes mit dabei. Also das lohnt sich definitiv. Und ja, ich weiß, ja, Newsletter, wann wird zugespampt? Gar keine Frage. Ja, ich habe da auch keinen Bock drauf. Aber, Pro-Tipp, mach einfach eine extra E-Mail-Adresse für diese bestimmten Newsletter, damit deine Newsletter halt immer auf diese bestimmte E-Mail-Adresse kommt und dich die E-Mails nicht nerven von den Newsletter. Und wenn du dann zum Beispiel mal sagst, hey, ich brauche mal wieder neue Schuhe oder was auch immer, dann schaust du genau in dieser E-Mail-Adresse nach, schaust dann einfach, hey, ist da gerade aktuell vielleicht eine E-Mail mit einem Coupon, dann kannst du ihn nutzen und dann wirst du im Alltag halt nicht zugespampt von den ganzen Newsletter-Abonnements. Wenn du dein Wunschprodukt gefunden hast in deinem Lieblingsshop und du kein Newsletter mit einem Rabattcode in deinem Postfach hast, dann würde ich dir empfehlen, einfach mal den Shop zu googeln mit dem Extra-Zusatz-Coupon. Ja, also wenn du zum Beispiel einen Lieblingsshop hast, einfach deinen Lieblingsshop eingeben mit dem Zusatz-Coupon bei Google und dann werden auf jeden Fall einige Ergebnisse kommen. Da gibt es wirklich verschiedene Plattformen, wie zum Beispiel Gutschein-Pony, Sparwelt oder was auch immer. Da gibt es wirklich viele Rabattcodes, viele Gutscheincodes, wo man einfach bei Online-Shopping massig Geld sparen kann. Und das Gute bei diesen Coupons ist, dass manche Coupons sogar auch auf reduzierte Ware gültig sind. Bei manchen Coupons ist zwar nicht so viel drin, aber wenn du zum Beispiel auch mal nur die Versandkosten sparst und vielleicht irgendein großes Gerät bestellst, ist das natürlich auch gar nicht schlecht. E-Commerce-Algorithmen passen die Preise auf Basis vieler Faktoren an. Und einer davon ist zum Beispiel, wie oft du dir ein Produkt angeschaut hast. Deshalb meine Empfehlung, versuch einfach im Inkognitur-Modus zu surfen, beziehungsweise zu shoppen und auch deine Cookies zu löschen, damit die E-Commerce-Algorithmen einfach nicht dein Nutzerverhalten, beziehungsweise nicht das herausfinden können, wo du zum Beispiel schon oft drauf gewesen bist oder wie du halt auch zuvor geshoppt hast. Dementsprechend machst du es den E-Commerce-Algorithmen einfach etwas schwieriger und dementsprechend hast du auch die Chance, einfach reduziertere Preise zu bekommen. Der nächste Tipp steht jetzt ein bisschen im Kontrast zu den Tipps davor. Denn du solltest dir auch manchmal einfach ein wenig Zeit lassen. Gerade dann, wenn du zum Beispiel in einem Online-Shop schon Kunde bist und angemeldet bist und auch dort schon deine Nutzerdaten hinterlassen hast. Warum? Mir ist das zum Beispiel ganz oft schon passiert, dass ich irgendwo Kunde bin in einem Online-Shop, einen Artikel in einem Warenkorb hatte, aber dann nicht ausgecheckt habe. Ich habe den Artikel einfach im Warenkorb gelassen und habe den nicht gekauft, sondern einfach dort drin gelassen. Und dann ist Folgendes passiert. Nach etwa zwei oder drei Tagen habe ich dann eine E-Mail bekommen mit einem exklusiven Rabatt genau für dieses Produkt oder vielleicht auch eine Erinnerung mit einem kleinen Rabattgutschein, das ich noch nicht ausgecheckt habe. Und so wollen die E-Commerce-Shops dich natürlich locken und dich natürlich am Ende des Tages zum Kauf verleiten. Man kann natürlich nicht vorhersagen, welcher Shop das so macht. Mir persönlich ist es schon zwei, drei Mal passiert. Vielleicht ist es dir auch schon passiert. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, den du auf jeden Fall nicht missachten solltest. Tipp Nummer 5. Folge deiner Lieblingsmarke, deiner Lieblingsshops auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, wenn sie auf den sozialen Netzwerken unterwegs sind. Warum solltest du das machen? Viele Marken machen das zum Beispiel so, wenn es bestimmte Rabattaktionen gibt oder zum Beispiel ein neues Produktrelease wird, als Beispiel. Dann wird das als allererstes Mal zu der Community getragen. Heißt, dann wird zum Beispiel über Instagram kommuniziert, hey, wir haben jetzt ein neues Produkt am Start oder es gibt eine bestimmte Aktion, zwei für eins oder es gibt noch ein Special Goodie mit dazu. Und aus dem Grund solltest du definitiv deinen Marken dann auf Instagram folgen, weil dann erhöhst du halt die Chance, dass du halt einen richtig guten Rabatt als einer der ersten bekommen kannst. Jetzt noch ein ganz persönlicher Tipp an dieser Stelle. Folge auch gerne schon meiner persönlichen Marke auf Instagram und zwar Vinsc Care. Wir sind gerade auch dabei, einen neuen Online-Shop aufzubauen und sobald der Online-Shop dann dementsprechend live ist und du dort bestellen kannst, dann bekommst du auf Instagram als allererstes eine Info. Auch wenn es zum Beispiel jetzt Rabattaktionen gibt oder ein bestimmtes Produktrelease wird, dann wirst du auf jeden Fall über Instagram als allererstes informiert. Deshalb lohnt sich es auf jeden Fall, einfach mal den Kanal schon mal auf Instagram zu abonnieren. Nach einer Bestellung in einem Online-Shop bekommt man meistens so zwei, drei Tage später immer eine E-Mail mit der Frage, wie zufrieden bist du eigentlich mit dem Einkauf gewesen beziehungsweise mit dem Einkaufserlebnis oder mit dem Produkt. Und in den meisten Fällen ist es so, da spreche ich wahrscheinlich für den Großteil der Menschen da draußen, dann klickt man diese E-Mail einfach weg und löscht sie. Warum? Wenn zum Beispiel das Produkt vollkommen in Ordnung ist und es nichts zu kritisieren gibt, dann löscht man die E-Mail einfach. Es sei denn, es ist irgendwas kaputt oder defekt, dann nimmt man natürlich Kontakt mit der Firma auf. Aber aufgepasst, wenn du im Nachgang aber eine E-Mail schreibst mit einem positiven Feedback und du sagst, hey, das Produkt gefällt mir mega, ich bin super zufrieden mit dem Produkt, dann kann es unter Umständen sein, dass du daraufhin eine E-Mail bekommst und der Online-Shop dir dann sagt oder die Marke dir dann schreibt, hey, vielen lieben Dank für dein positives Feedback, es freut uns mega, dass du von dem Produkt begeistert bist und da du dir die Zeit genommen hast und uns Feedback geschrieben hast, hier ein Rabattgutschein für deine nächste Bestellung in Höhe von 10%. Perfekt. Fakt ist, man sollte definitiv mit seinen persönlichen Daten im Internet sehr vorsichtig umgehen. Gar keine Frage. Wenn du aber schon einen Shop deines Vertrauens gefunden hast oder eine Marke deines Vertrauens gefunden hast und dort auch schon bestimmte Nutzerdaten hinterlegt hast, dann solltest du definitiv auch dein Geburtsdatum hinterlegen. Die meisten Shops schicken nämlich eine Überraschungs-E-Mail zu deinem Geburtstag mit 10, 20, 30 Euro Rabattgutschein für deine nächste Bestellung, also solltest du definitiv nicht vergessen, auch dann dementsprechend dein Geburtsdatum zu hinterlegen. Spartipp Nummer 8. Nicht mit dem Handy shoppen. Meistens ist es so, dass die Preise am Handy etwas teurer sind als die Preise auf dem Laptop, also auf dem Desktop. Ich weiß nicht, warum das so ist, bei mir war es zum Beispiel letztens so, als wir einen Flug gebucht haben, meine Freundin hat einen Flug gebucht, also wir haben mir gleich einen Flug gebucht. Sie hat den Flug mit dem Handy gebucht, ich mit dem Desktop gebucht. Also wir wollten natürlich dann beide auch den Flug haben, ja, sodass wir beide auch den Flug kriegen und ihr Flug war irgendwie, weiß nicht, 10 Euro teurer auf dem Handy als mein Flug auf dem Desktop. Also ganz klare Empfehlung, nicht mit dem Handy shoppen, sondern mit dem Desktop. Außerdem ist es so, wenn du zum Beispiel einen Laptop benutzt zum Shoppen, dann hast du es auch viel übersichtlicher und dann kannst du viel besser vergleichen mit den Preisen und so. Also das ist für mich wesentlich angenehmer und user-friendlyer. Wenn du keine Lust hast, online alle möglichen Preise zu vergleichen, dann kann ich das mehr als nur verstehen. Ich hatte nämlich jetzt vor kurzem auch einen Grill gekauft, ja, und ich hatte auch keinen Bock, überall die Preise zu vergleichen und ich bin dann einfach auf günstiger.de oder Check24, das sind diese Preisvergleichsseiten, einfach dieses bestimmte Produkt dort oben in die Suchleiste eingeben und dann werden dir zigtausend verschiedene Shops angezeigt, die dieses Produkt bei sich im Shop gelistet haben und ganz oben wird dann dementsprechend auch das günstigste Produkt eingezeigt und dann würde ich dir empfehlen, auch dementsprechend dazu zu schlagen, um halt einfach ein paar Euros zu sparen. Und bei den Preisvergleichsseiten kannst du zum Beispiel auch so eine Notification einstellen, wenn das Produkt zum Beispiel reduziert wird oder einfach etwas günstiger ist oder es einen neuen Anbieter gibt, der das Produkt noch günstiger anbietet, dann bekommst du eine Info und kannst dann direkt zuschlagen. Zur richtigen Zeit shoppen ist auch ein ganz wichtiger Punkt, mit dem du beim Online-Shoppen richtig viel Geld sparen kannst. Bei manchen Shops ist es nämlich so, dass die Preise zu bestimmten Uhrzeiten oder zu bestimmten Tagen teurer sind als an anderen Tagen. Deshalb würde ich sagen, mach alles anders als alle anderen. Shop zum Beispiel montags, dienstags zwischen 8 und 12 Uhr, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Preise günstiger sind als am Wochenende, zum Beispiel Freitag, Samstag, wo eh sehr viele Nutzer online sind. Und zudem kann ich dir auch empfehlen, immer im Hinterkopf zu haben, wann der nächste Sale ist. Wenn du zum Beispiel ein bestimmtes Produkt brauchst, musst du das jetzt kaufen oder kannst du es vielleicht auch später, zwei, drei Monate später kaufen, wenn es vielleicht dann schon im Sale ist. Weitere Videos zum Thema Outfits und Styling findest du hier oben und meinen neuesten Upload findest du hier oben. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Online-Shoppen und ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Tipps heute ein bisschen weiterhelfen, damit ihr beim nächsten Mal einfach ein bisschen Money sparen könnt. ich habe noch mal ein bisschen mehr gehört. Untertitelung des ZDF, 2020